Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Also jetzt in der letzten Folge sind wir eher planlos umgeirrt, was ich auch leider gestehen, dass da etwas Planendes war. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal eine Plattform errichtet, da noch eine zweite. Das Interessante in der letzten Folge war nicht der Angriff der Eingeborenen, dass wir das hier so schadlos überstanden haben, sondern dass wir hier in der Höhle entdeckt haben, dass wir anscheinend ein Nest mit einem Riesenmutanten mit seinen Babys haben. Das werden wir natürlich im laufenden nächsten Folge mal erkunden. Sollte es das nächste Update, was glaube ich in einem Tag rauskommt, äh zum Zeitpunkt der Aufnahme, in einem Tag, sollte es der neue Patch dann nicht unbedingt verhindern. Wenn natürlich der Speicherstand dann nicht unbedingt zu gebrauchen ist, werden wir vielleicht nochmal komplett neu anfangen. Vielleicht eine sehr sehr kurze erste Staffel. Und jetzt schauen wir erstmal was wir heute noch machen. Eigentlich sollten wir hier mal eine Brücke legen. Na ja, getting started. Die Grundsachen müssten wir eigentlich mittlerweile drauf haben. Da möchte ich aber nicht anbauen. Also ich möchte da hin. Dann sind wir von hier aus. So. Da nicht kommen kann. Da auch nicht. Oder wir müssen uns hier noch eine weitere Plattform hier hinbauen. Ich glaube das macht am meisten Sinn. Achtung. So. So. So, wenn wir dann hier überhaupt rankommen. So. Wir kommen hier ran. So. Da ran. Hier kommen wir ran. Da wollen wir ihn ein bisschen ausrichten. So. Wir haben im Übrigen auch noch einen anderen Höhlenzugang hier gefunden. Den haben wir uns schon mal markiert. Den hätten wir eigentlich schon längst erdecken können. Aber wie ist das so offen für einen ganz offensichtlich? Man sieht es nicht. Na, fällt der Baum dann jetzt um? Ich glaube, den können wir nicht fällen. Sehr schade. Den können wir auf jeden Fall fällen. Wir wollen ja auch um die Plattform herum, die unbedingt viele Bäume stehen haben. Weil die Plattform ja eigentlich eher als Zufluchtsort benutzen können. Dann brauchen wir ja keine Möchtegern-Tatans, die hier hin und her springen können. Oh, wie sich ein Häschen. Da kommt Glück jetzt. Mensch, der blöder Baum ist aber auch hart möglich, Alter. Eigentlich... Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist ein bisschen wie ein paar Stellen umgraben kann, dafür nicht wieder Büsche rauswachsen. Na, vielleicht kommen die Entwickler da ja auch noch drauf. Oh, ein neues Werkzeug. Machen wir mal eine Schaufel. Haben wir ja noch nicht. Wir haben jetzt verschiedene Arten von Äxten. Dann hauen wir doch mal als Nächstes eine Schaufel raus. Ach, Baum wehrt sich wieder hartnäckig. Ja, komm. Nein, nicht in die Richtung. Nein! Wie geil. Direkt gleich mal die Mauer eingerissen. Man hat ja auch nichts anderes zu tun. Hier, wo haben wir jetzt die Plattform. Das eine, das die andere, da ist sie. Mal gucken, dass wir die erst mal fertig kriegen. Mal gucken, dass wir die Flopfe. Mal gucken, dass sie von Flops. Wins? Steig. wenn ich um auch so störende Äste wie die hier, dass man die mit ihm einmal ein bisschen wegbrennen kann, einmal mit dem Feuerzeug dran, dann sind die weg hier liegen keine Loks mehr dann bin ich dann ein bisschen nervös, dass wir hier wieder Besikt bekommen vielleicht schon mal die nächste Mauer wieder so so, jetzt bin ich abschliefen und schieben mir der Busch und da ist der nächste Angeborene und wo kommt ihr mal her? Ist hier irgendwo ein Nest? Achja, genau, unter mir okay, wir müssen mal ihn flüchten und nicht den Katerendspieler mir dies und weiter schön mit der 80er Jahre Mocke und klingt so ein bisschen ähnlich wie Love is the Battlefield auch nur so ein bisschen lasst mich doch mal in Ruhe und da kommen sie ja werfen werfen sollten wir auch nochmal üben das ist das ist aber eine schicke Frisur aber haben wir hier zu viele und wir haben auch kein Alkohol mehr dabei und zum Glück haben wir noch ein paar Medikamente um uns ein bisschen aufzuputzen die die hauen sich jetzt gegenseitig so lange die sich gegenseitig verprügeln ist jetzt auch in Ordnung und wir sind tot nein, wir sind nicht tot wir werden mal wieder verschleppt und ich ahne Böses ich ahne wirklich Böses können wir die Katerendspieler nicht irgendwie ausmachen Puh das war etwas knapp da ist noch ein paar Kräuter gegessen da ist noch ein paar Kräuter gegessen ja komm Pihata 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 schade kommen keine Witzigkeiten raus nochmal den Kompass und seine Landkarte und hier vorne sind wir zumindest etwas sicher wie das ist ja Pihata 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 Leute aufhören mit dem gleichen Pinata zu spielen, wenn man die Bewegungen aus den Augen hinter sieht, wird man gleich wieder panisch. Und vielleicht sollten wir unser Lager, unser Hauptlager doch verlegen. Manchmal kommen da ein paar Eingeborene zu viel. Dann hauen wir uns mal eine kleine Echse aufs Feuer und den Schädel können wir auch noch mitnehmen. Und da werden wir wahrscheinlich gleich wieder in ein eingeborenes Dorf rauskommen. Oh wie ich das liebe, wie ich das liebe. Ich kann den nicht noch irgendwie abgeräten, mit Stein, ah mit Steinbeutern, mit Zähnen. Anscheinendlich, aber nicht. So, haben wir uns den noch geabgeräte. Hallo, ich möchte doch nur den Dolch essen. Ich muss sagen, nachdem ich schon einige Let's Plays von The Forest gesehen habe, selber ja schon ein bisschen Hammer gespielt habe, ich muss sagen, die letzten Updates, ich habe das Gefühl, dass das Spiel sich wieder wieder entwickelt. Ah, nun ja, mal gucken, was mir in den nächsten Updates kommt. Erstmal sind wir froh, dass wir noch am Leben sind. Dass wir überlebt haben. Erstmal Feuerzeug aus, da hätte ich der Tag. Dann sehen wir genügend. Sollte man zumindest meinen. Einmal umgucken, da ist unser Lager. Wir sollten definitiv nach Echsen-Ausschau halten. Wenn wir schon eine Rüstung basteln können. Definitiv sollten wir... Frühstück! Definitiv sollten wir auch in die richtige Richtung laufen. Wir haben eine Ausdattung. Wir müssen uns unterordnen. Wir werden uns unterordnen. Es ist Imaginant. Dann erstmal... Zumindest etwas geschützt. Obwohl es wahrscheinlich überhaupt nichts kriegen wird. Und jetzt noch ein bisschen Alri, die nehmen wir mit. Da ist der Höhleneingang. Wir müssen ja einfach nur lebend wieder in unserem Lager ankommen. Nur ist gut. Okay, wir sind lebend angekommen. Dann gucken wir mal, dass wir hier die Wand irgendwie... So. 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 So und... Okay, dann erstmal nur so. Dann haben wir jetzt schon mal eine kleine Absicherung. Dann müssen wir mal gucken, dass wir wieder neue Lots besorgen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir wieder neue Lots besorgen. Da brauchen wir einen. Dann brauchen wir drei und wir brauchen noch sehr, sehr viel Lots. Da bekraut es mir jetzt ja schon vor. Wir nehmen was trinken. Wichtige Axt natürlich mal nehmen. Dann können wir sonst schon wieder baden, weil wir wieder am Blüten sogar voll Blut sind. Wenn es nach mir ginge... Wir nehmen uns jetzt erstmal furchtbar blutig an diesen eingeborenen Rechen. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal. Aber wir könnten dann noch kurz Richtung Strand noch ein paar Koffer plümmern. Dann wäre dafür, dass wir uns mal eine Schneise... Eine sichtbare Schneise... Nicht zum... äh... Rechenstrand schneiden. Oder sprengen, wie auch immer. Was man sehen kann... Ah, hier geht's zum Strand. Hier und nicht woanders lang. Schnellkrötenpanschen haben wir noch. Und da haben wir ein paar Koffer. Und natürlich wieder das Spielzeug für Bello. Da fangt Bello! Eine Armbanduhr. Armbanduhr sind immer gut. Ich wohne nicht, dass wir bei den Toten in der Hülse noch keinen gefunden haben. Jetzt kommt man ja immer die Toten quasi beklauen. Aber das ist quasi... Man konnte sie beklauen. Man konnte ihnen die Armbanduhr abnehmen. Feder an! Noch mehr Feder an! Dann bauen wir uns... Hier bei unserem Wasserspender... Auch noch ein Stickmarker hin. Hier machen wir gleich in den Blau. Hier ist ein Blau für Wasser. Ja... Okay... Jetzt fühle ich jetzt eher nach Jackies aus. Und dann direkt zum Lager. Und dort weiter arbeiten. Das wird wahrscheinlich jetzt erstmal wieder langweilig werden. Aber wir können ja nicht immer nur Action haben. Weil wir könnten schon, aber... Das wäre ja auch nicht das Wahre. Und vielleicht... Da könnte ich euch mal um einen kleinen Gefeind bitten. Falls ihr wisst, wofür man den Tor so braucht. Oder einen eingeborenen zerstückelt. Oder falls ihr noch Tipps habt. Wie und was man noch bauen kann. Wo man vielleicht die eigene Basis noch besser schützen kann. Oder wo man vielleicht besser bauen könnte. Immer ab in die Kommentare damit. Also ich würde mich immer freuen. Über Kommentare mit... Anregungen zu anderen Spielen. Tipps. Was man noch in The Forest machen könnte. Ich habe da auch schon ein paar Ideen. Aber darüber werde ich erst in den... Kommenden Folgen mal sprechen. Die Mauer haben wir auch fertig. Den haben wir auch fertig. Schade, dass wir den hier nicht wegkriegen. Und jetzt können wir... Endlich... Mit dem weitermachen, was ich eigentlich... Schon in der letzten Folge anfangen wollte. Wir können uns eine Brücke bauen. Die nächste Brücke geht dann... Und hier... Wo ist denn hier der Ankerpunkt? Schauen wir mal, dass es klappt so. Die nächste Plattform... ... würde ich dann nämlich gerne in diese Richtung zu sehen. Und mit diesem... ... eher unfreundlichen Ruf... ... meines Nachbarn... Da esse ich doch noch einen Schokoriegel drauf. Aber mit diesem unfreundlichen Ruf... ... war Warnung... ... eines Nachbarn... ... nicht zu betreiben. Verabschiede ich mich... ... und wir sehen uns... ... in der nächsten Folge. Tschüüüüüüi. Vielen Dank.